Ich bin Benjamin Brecht, bin 28 Jahre alt, komme aus Remching und mache Straßenmusik seit vielen Jahren, mittlerweile seit circa zehn Jahren. Ich habe in meiner Ausbildung angefangen damit, damals noch in einer großen Gruppe und jetzt eben alleine und immer wieder in verschiedenen Städten. Da bin ich dann in Bruchsal, in Ettlingen, in Durlach und manchmal in Heilbronn, aber am liebsten gehe ich auch in meine Lieblingsstädte wie Konstanz, Bamberg, in Bayern, da treibst du mich immer wieder hin, ja. Mich fasziniert an der Straße, dass ich nie weiß, was auf mich zukommt. Also jedes Mal, wenn ich rausgehe oder jetzt sage, dass ich wieder Straßenmusik mache, dann ist es einfach jedes Mal anders. Und das fasziniert mich, weil ich eigentlich generell ein Typ bin, der schon eigentlich gern weiß, wo es lang geht, in welche Richtung es geht, aber das ist für mich einfach die größte Herausforderung. Ja, mir ist wichtig an der Straßenmusik, dass ich neue Erfahrungen immer wieder mache, dass ich selber ins Nachdenken komme über Menschen und dass ich mich selber auch immer wieder weiterentwickele, weil ich da einfach das direkte Feedback von den Leuten auch bekomme, durch das, was ich mache, wie ich es mache. Menschen sind das, was es herausfordern und was spannend macht, weil du nie weißt, wer dir da jetzt begegnet. Also was ich auch schon an besonderen Momenten erlebt habe, war auch, dass ich da stand, zwei Lieder einfach gespielt habe und gefühlt nichts war. Und alle Leute nur vorbeigelaufen sind, man ist schon in Gedanken zu Hause, packt irgendwie ein und ist schon auf dem Weg. Und dann kommt aber plötzlich jemand, der zwei CDs mitnimmt und der sich besonders bedankt und sagt, hey, ich habe dich vorher schon gehört oder ich bin zum siebten Mal vorbeigelaufen und jetzt endlich will ich dir Geld reinschmeißen oder will dir sagen, dass du das echt gut machst oder so. Und da merke ich dann immer, dass ich meine Gefühle in dem Moment auch immer wieder zurückstellen muss, weil es oft nicht stimmt. Danke. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Leuten auf der Straße begegne, wenn ich Kontakt habe mit den Leuten und wenn die Leute auf mich zukommen, wir ins Gespräch kommen und ich habe vor, das noch einige Zeit zu machen und ja, wie gesagt, freue mich auch einfach drauf. Ich freue mich immer wieder auf.